Heyo Leute, willkommen zurück bei Risen 2 Dark Waters. Der letzte Part war ein bisschen kleiner, aber dafür haben wir eine ganze Menge geschafft. Jetzt probiere ich nochmal hier reinzuschleichen. Jetzt reagieren sie wieder nicht. Der maskierte... ...gegen wen er auch immer antrat, er siegte. Somit hat nie einer seiner Gegner sein Gesicht gesehen. Das letzte Mal soll der Mann mit der Maske in der Taverne auf Antigua gesehen worden sein. Interessant. Okay. Wir gehen raus. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Die Truhe könnten wir reintürig öffnen. So, ich geh mal wieder hoch. Und die Truhe würde ich gerne öffnen. Deswegen speichern wir nochmal ab. Ah, guck mal, die kommen jetzt hoch. Die kommen mal hoch. Richtig schon weit nach oben. Ja, danke, 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 danke. Okay. Und jetzt rennen wir mal. Rennen heißt das, die Wiese. Und jetzt schleichen. Was haben wir hier? Ring der Täuschung. Ah. Schmutzige Tricks 15. Silberzunge. Ich nehm mal alles und da bin ich mal gespannt. Mist, Kerl, klaut dir einfach. Ah. Ha! Ja, ich lad mal neu. Ja, klar. So, Spielstand laden. Ja, okay. Ist okay. Ihr habt, ihr habt. Ihr könnt alles sehen. Müsst ihr euch wahrscheinlich alle umbringen, damit es klappt. Hm. Komm, lad schneller. Bisschen noch. So, okay. Ist es geklappt jetzt? Danke. Wir gehen auch wieder runter. Ja, ich weiß. Ich kann euch nicht schleichen. Bei euch da wenigstens habe ich die Schatzsache gefunden. Gerade nicht. Ja, gerade nicht. Wie geht ihr mal hier voran? Wie geht der Arbeiter hat nix? Warte mal kurz. Ah ne, da bringt es eh nichts. Carter, zeig mir deine Sachen. Zeig mir die Sachen. Altes Hemd, Lederhemd. Altes Hemd, Lederhemd. Ich überlege gerade. Können wir die Quizlog jetzt gleichzeitig? Oh, ne. Was war da gewesen? Logbuch. Dann Lagos Klamotten. Ein Lederhemd. Hm, reintürig. Zeig mir deine Sachen. Zeig mir die Sachen. Eigentlich könnten wir das Lederhemd abkaufen. Und ja. Damit ist das richtig fest gewesen. Ende. Dann würde ich sagen, reisen wir wieder hier zurück. Zum Piratenest. Dann. Ja, er hatte doch noch was gehabt. Ich kaufe deinen Plan. Ich habe mich um den Nachschub gekümmert. Ich habe mich um den Nachschub gekümmert. Junge, du taugst was. Wenn ich der Käpt'n wäre, würde ich dich mitnehmen. Da ich aber nicht den Rauschebart trage, musst du wohl noch zeigen, was du drauf hast. Okay. Okay. Wir können mal kurz speichern. Morris, was sagst du? Ich kaufe deinen Plan. Ich kaufe deinen Plan. Dann pass mal auf. Ganz oben ist das Zimmer von Boos. Da ist einiges zu holen. Aber ganz oben sind auch Elia und Alistair. Die schmeißen dich raus. Und dein Plan? Und dein Plan? Elia geht zum Schlafen runter. Also warte so lange. Und Alistair hat eine Schwäche für die süße Lola. Gib ihr einen Kuss von mir und drücke ihr ein paar Goldstücke in die Hand. Dann wird sie sich um ihn kümmern. Und du kannst dich oben in Ruhe umsehen. Liste ablenken. Toll. Das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Ich werde deswegen... Ich habe ja eigentlich schon das gemacht. Deswegen werde ich mal laden. Weil ich dann doch noch was verpasst habe. Wir werden ja wahrscheinlich hier wieder zurückfahren, schippern können. Könnten wir in den Kommentaren schreiben, ob das jetzt wichtig ist, wenn ich das jetzt noch benötige oder nicht. Deswegen, ja. Wir geben Lago seine Sachen wieder. So sieht es jetzt zumindest aus, dass wir das heute noch erledigen. Für den Part. Und dann werden wir mit dem Vater von Petty reden. Und der wird wahrscheinlich uns einiges noch erzählen. Wahrscheinlich können wir auch dann seine Crew beitreten. Lago, ich habe deine Sachen wieder. Hier, hast du deine Sachen wieder? Ah, nee, ich habe noch was anderes vor. Tatsache. Ich habe dir 1000 Goldstücke versprochen, richtig? Richtig. Ich würde sagen, du hast sie dir verdient. War bestimmt nicht ganz einfach, den ganzen Krempel zusammenzutragen. So. Das fühlt sich schon viel besser an. Mach mich zum guten Dieb. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ich will ein besserer Dieb werden. Dadurch die Diebeskunst verbessert. Ein paar Tipps für Anfänger. Später. Später. Ende. Okay. Mal gucken. Vielleicht, was Tipps für Anfänger, was das uns noch geben wird. Auf jeden Fall will ich hier oben hin. Denn der Kumpane kann uns erlauben, dass wir mit einem Äffchen was machen. Und das interessiert mich doch schon sehr. Da können wir schon einiges besser klauen. Das will ich nämlich haben. Und ich weiß ungefähr, wo auch noch Affen gibt. Deswegen, ich speichere mal hier ab. Flanagan. So. Taschendiebstahl versuchen. Ich bin noch nicht gut genug. Ich habe ein paar Tricks. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? So. Ach, Gerissenheit 6. So viel habe ich noch gar nicht, oder? So gut bin ich auch nicht. Nur gut Zeug. Ende. Wie viel haben wir denn überhaupt jetzt da? Charakter Ruhm 3400. Für 4000 können wir die Gerissenheit nochmal verhören. Ich kann ja mal gucken, was der... Er meint ja, dass ich irgendwie da... Der Schütz war richtig gut. Was diese kleinen Tricks bedeuten, das würde mich mal interessieren. Schade, ein Äffchen will ich gerne haben, aber 6 ist natürlich ziemlich hoch. So, Lago ist noch hier. Deswegen speichern wir ab, falls wir das brauchen oder nicht. Und dann mach mich mit zu einem guten Dieb. Tipps für Anfänger. Hast du ein paar Tipps für Anfänger? Wenn einer sieht, wie du was klaust, wird er dich in der Regel direkt angreifen. Manche Typen sind aber auch Weicheier. Die sagen vielleicht was, machen aber nichts. Die meisten Frauen sind auch so drauf. Achte einfach darauf, wer eine Waffe hat. Keine Waffe, kein Problem. Kapiert? Gelernt Diebeskunst 1. Später. Später. Ende. Okay, jetzt würde mich mal interessieren. Charakter. Talente. Diebeskunst haben wir jetzt 25. Reintürig können wir den jetzt sogar an... äh, das klauen. Vorher hatten wir das nicht. Da hatten wir nur 20. Und dann meinte er, äh, zu wenig. Deswegen, ähm, 500 Gold sind da natürlich ganz schön viele Docks. Wasser schleppen, toller Mist. Also, der war's. Ja, mal hoch doch mal zu dem. Und dann werden wir kurz Taschendiebstahl probieren. Ja, was heißt probieren? Finde ich auch ein bisschen blöd, dass man nicht mehr von hinten anschleichen muss, sondern dass nach Talent geht hier. Ja, das hat sich gelohnt. Haben wir schon mal 50 Gold bekommen. Ja, ist auf wenigstens ein bisschen was. Hier liegt auch noch ein mögliches Zeug rum, den wir nicht aufsammeln können. Das ist super. Elemente spät. So. Dann nicht wieder runter. Buh. Und uns nochmal wie getan. Äh. Na ja, man kann ja mal was essen. Okay. Leute. Dann, ich nehme ja noch Aufwach. Ja. Unglaublich sind 12 Frames pro Sekunde. Dann gehen wir mal zu Captain Stahlbart. Sagen wir mal. Ich weiß nicht, wie bereinigt sind sie. Patty. Patty, endlich. Du hast mich sitzen lassen. Aber. Aber was? Aber ich habe dir einen Sack voll Gold da gelassen. Du lässt einen Sack voll Gold da und glaubst, du kannst dich verdrücken? So einfach lasse ich dich dieses Mal nicht davon kommen. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss wieder auf See. Du willst mich wieder zurücklassen? Bin ich dir so wenig wert? Wenn Mutter das wüsste. Lass deine Mutter aus dem Spiel. Hör zu. Ich kann dich nicht in Gefahren aussetzen. Und dann willst du mich alleine lassen? Ist es dir lieber, wenn ich zur Hure werde? Ähm. Na schön. Vielleicht hast du recht. Willst du denn mitkommen? Oh, Papa. Natürlich will ich mit. Na schön dann. Willkommen an Bord. Und wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappen ausgesucht. Ich dachte, er kann bei dir anheuern. Das entscheide immer noch ich. Kann er denn was? Er steht hier, direkt vor dir. Mund halten. Mund halten. Wenn er unter Beweis stellt, dass er als Pirat was taugt, kann er anheuern. Und wehe, du hilfst ihm dabei. Wenn dein Freund mit will, wird er den Schwur leisten. Warum nur er? Ich? Staber. Du hast dich also an meine Tochter rangemacht. Das ist eure Sache. Aber du bist bestimmt nicht hier, um Inquisitionsschiffe zu kapern. Also, was willst du? Ich suche die Waffe gegen den Kraken. Genau wie ich. Und was hast du mit der Waffe vor? Ich werde das Mistvieh zur Strecke bringen. Gut gesprochen. Aber die Titanen-Harpune ist nicht nur eine Waffe gegen den Kraken. Sie ist eine Waffe gegen Mara selbst. Oh, Arromeschaft bekommen. Ähm, was weißt du über Mara? Was weißt du über Mara? Sie ist einer der Titanen-Lords. Und der, der zur Zeit die Waffe trägt, dient ihr. Wenn wir ihn uns vornehmen, wird sie nichts unversucht lassen, uns zu töten. Ich kann's kaum erwarten. Was genau ist die Titanen-Harpune? Das Wichtigste ist, ich weiß, wer sie hat. Und ich weiß, wo wir ihn finden. Doch es wird kein Spaziergang, sie zu holen. Also werde ich dich nur mitnehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass du ein Teufelskerl bist. Okay. Man erzählt sich, dass du verflucht bist. Man erzählt sich, du bist verflucht. So. Erzählt man sich auch von den Seeschlangen, die ich erwürgt habe? Und? Bist du's oder bist du's nicht? Würde es dich davon abhalten, mit mir zu segeln? Ich suche diese Waffe. Und wenn ich mit Verfluchten segeln muss, um sie zu bekommen, dann werde ich das tun. Auch wenn du selbst verflucht wirst? Hör zu. Ich bin verflucht. Und jeder, der mit mir segelt. Willst du immer noch mitkommen? Habe ich eine Wahl? Ich bräuchte jetzt erstmal einen Rum. Habe ich eine Wahl? Habe ich denn eine Wahl? Ich weiß nur gerne, worauf ich mich einlasse. Das will ich dir sagen. Mara, hetzt uns den Abschaum der Meere auf den Hals. Aber wir lassen uns nicht so einfach umbringen. Warum will Mara uns umbringen? Jeder, der nicht ihr Untertan ist, ist ihr Feind. Und ihre Feinde rottet sie aus. Und wann bist du ihr Feind geworden? Als ich mich entschlossen habe, nicht ihr Untertan zu werden. Dann bist du ihr schon begegnet. Junge, du stellst zu viele Fragen. Wenn du mit mir segeln willst, musst du dir das unbedingt abgewöhnen. Wer ist dieser Käpt'n Garcia? Wer ist Kapitän Garcia? Ja, Garcia. Habe ich dir nicht gesagt, du stellst zu viele Fragen? Nur diese eine noch. Na gut, Junge. Ich will ehrlich mit dir sein. Du hast dir einen ziemlich ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, um Pirat zu werden. Es gibt nämlich Krieg unter den Piraten. Ich hörte davon. Unterbrich mich nicht. Die Kapitäne Garcia und Crow haben sich mit Mara verbündet. Crow bekam dafür die Titanen-Harpone und Garcia die Knochenhand. Also sind wir hinter Crow her. Es gibt kein Wir, bis ich davon überzeugt bin, dass du's drauf hast. Ah, deine Tochter vertraut mir. Deine Tochter vertraut mir. Und ihr wart in Puerto Saccarico. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Durch den Dschungel oder über den Pass? Den Dschungelnweg. Den Dschungelweg. Den gefährlichen also. Das spricht für dich. Obwohl du da mit Patty unnötigen Gefahren ausgesetzt hast. Wie kann ich dich überzeugen? Wie kann ich dich überzeugen? Reicht es, wenn ich dir sage, dass ich einen Feuertitan besiegt habe? Oder muss ich mich prügeln, saufen und Schätze finden? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn du es irgendwie schaffst, dass wir endlich unseren Rum auf Schiff kriegen, bist du schon so gut wie an Bord. Was war denn da am Strand los? Du hast Meeks erledigt? Und einen Versunkenen, mit dem er gesprochen hat. Der Mistkerl Meeks hat uns an Mara verraten. Hab ihm ihn nicht getraut. Er gehörte früher zu Captain Garcia. Gut gemacht, Junge. Und denen ist es nicht schade. Du hast gegen Hank gewonnen. Das ist gut. Ich hab noch was, das dich überzeugen könnte. Ich hab einen gefangenen Piraten befreit. So? Wen? Lago. Er saß in Puerto Zaccarico im Turm. Gut gemacht, Junge. Wir Piraten müssten zusammenhalten. Vor allem gegen die Inquisition. Dann hab ich noch Krabben erschlagen. Ich hab ein paar Krabben erschlagen. Du redest nicht von den Kleinen, oder? Nein, kein Problem. Ein Hieb ihrer Zangen könnte einen Mast zerbersten, wie einen dürren Ast. Hahaha, bist nicht auf den Mund gefallen. Außerdem hab ich mehr erledigt als Blake. Er hat wohl einen Wettkampf draus gemacht, was? Jetzt mal im Ernst. Das war schon ganz ordentlich. Aber das wird nicht dein letzter Kampf gegen diese Ungeheuer gewesen sein. Wenn du mit mir segeln willst. Ich hab den Schatz von Pete gefunden. Ich hab den Schatz von Pete gefunden. Du kannst also eine Karte lesen. Ich hab den Schatz von O'Brien gefunden. Ich hab den Schatz von O'Brien gefunden. Viel beeindruckender, dass du ihm die Karte abgeluchst hast. Du verträgst was? Das gefällt mir. Hoho. Und ich hab eine Ruine geplündert. Ich hab eine Ruine geplündert. Die alten Tempel sind Ruhestätten der Ahnen. Wenn du ihre Schätze klaust, werden sie zornig. Damit werde ich fertig. Du bekommst keinen Rum? Du bekommst keinen Rum? Ei. Boos, der alte Saufkopf, rückt nichts raus. Hat irgendwas von Problemen gefaselt. Aber sowas will ich nicht hören. Eins sag ich dir. Ohne einen ordentlichen Vorrat werde ich dich nicht ablegen. So, ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. Boos ist bereit, den Rum zu liefern. Alle Achtung! Jetzt bin ich beeindruckt. Ich verhandle noch den Preis mit Boos. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord auf? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, mach dich noch nicht zu nem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Kämpfst gegen Riesenkrabben. Blake hält dich für einen guten Mann. Die Sache mit Hank. Largo befreit. Peets Schatz. O'Briens Schatz. Hast dich den Versunkenen gestellt. Eine Ruine geplündert. Vergiss nicht den Rum. Natürlich! Der Rum! Was ist jetzt? Meine Tochter hatte Recht. Du bist zu gebrauchen. Wenn du den Schwur leistest, bist du dabei. Okay. Pirat freigeschaltet. Und Leute, ich würde mal sagen, das ist ganz gut, um aufzuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bis dann. Florida. Vielen Dank.